Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Diese Woche ist ja einiges los gewesen. Wir hatten unsere VPI-Daten, die ein bisschen höher ausgefallen sind. Wir hatten die Erzeugerpreise, wir hatten einen sehr, sehr starken US-Dollar. Und jetzt gegen Ende der Woche, wie wir es im Endeffekt dann prognostiziert haben, ging es an den Stockmärkten deutlich nach unten. Auch Krypto hat es ein bisschen erwischt, die Forex-Märkte auch sehr, sehr interessant. Also ich würde insgeheim sagen, es war eine sehr, sehr gute Woche. Diese Woche werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Natürlich auch auf die News, die nächste Woche anstehen. Natürlich ganz groß am Mittwoch müsste es sein, der FED-Zinsentscheid. Hier wird damit gerechnet, dass die Zinsen erst einmal so bleiben. Aber das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal alles genau anschauen. Bevor wir jedoch starten, wie immer lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und auch Signale. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und weiterhin gilt natürlich die Aktion bei BingX. Wenn ihr Bock habt, hier euch 50 USDT als Free-Trades abzuholen, müsst ihr im Endeffekt euch nur mit dem Link unten in der Videobeschreibung registrieren. 100 USDT einzahlen, ihr müsst damit nichts machen, ihr müsst auch nicht damit traden. Und das war es dann im Endeffekt. Schon innerhalb von sieben Tagen kriegt ihr dann im Endeffekt eure Bonus-Trades. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Fangen wir immer an mit dem DXY, der die Woche ja so ziemlich seinen Top erreicht haben könnte, in Anführungszeichen. Wir hatten letzte Woche, wie gesagt, durch die VPI-Daten Dollar natürlich deutlich stärker wieder, weil die VPI-Daten, dadurch, dass sie gestiegen sind, wieder so ein bisschen darauf hindeuten, dass vielleicht die Fed nochmal ein bisschen die Zinsen erhöhen könnte. Deshalb der Dollar sehr, sehr stark. Wir haben auch unser Preisziel hier erreicht, so die 105er Marke. Ich gehe sogar davon aus, dass es sogar noch möglich ist, dass wir noch minimal bis hier oben sogar reinsteigen in 105,8. Also das ist unsere fette Widerstandszone, bevor wir dann möglicherweise erst einmal so einen kleinen Dämpfer reinkriegen. Das würde sehr, sehr gut zu den Zinsdaten dann im Endeffekt am Mittwoch passen, die dann hier erst einmal anstehen. Dollar auch mit einer Bearish Divergence, derzeit auf dem 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Daily noch an. Dann auch hier sehen wir langsam, okay, RSI kommt jetzt so langsam an seine Grenzen. Also maximal sehe ich hier oben noch die 105,8 und dann aber mit einem deutlichen Drawdown nach unten. Können wir das traden? Schauen wir uns jetzt gleich mal vom Risk an, was das bedeuten würde. Sollten wir hier einen Short reingehen? Es würde. Sollten wir jetzt hier wirklich den Short reingehen? Ein Stop-Loss auf 106,2 oder sogar noch ein bisschen höher wegen der Ineffizienz wäre es ungefähr ein Prozent Risk. Finde ich sogar noch human. Ich würde trotzdem immer nochmal den Montag abwarten. Montag gehe ich ungern in irgendwelche Forex-Trades oder auch Stock-Trades. Hat einfach so die Idee dahinter, weil am Montag meistens immer so nochmal so dieser Fake-Move kommt. Und dieser könnte uns eben nochmal hier oben in diese Widerstandszone reinbringen, bevor wir dann im Endeffekt einen Abverkauf sehen. Also das ist jetzt erstmal so der Plan für den DXY, also für den US-Dollar diese Woche. Im gleichen Zug werden wir uns dann natürlich auch den Euro-US-Dollar anschauen. Und hier sind wir ja schon diese Woche long gegangen. Wir haben unser Tief minimal unterschritten, welches wir hier letzte Woche angesprochen haben. Also es war ja so unser Maximalziel, wo ich auserkoren habe, dass wir uns diese Lows hier nochmal holen. Daraufhin kam die erste Gegenreaktion nach oben hin. Wir haben auch schon den ersten Take-Profit genommen. Ich habe es gestern nochmal so versucht zusammenzufassen. Alle Stock-Märkte und die Forex-Märkte und habe hier auch nochmal alles dazu geschrieben. Also hier momentan Long-Position, Stop-Loss-Entry auf 1,064 derzeit. Also viele haben sogar nochmal einen noch besseren Entry bekommen bei mir oder als ich ihn habe. Aber es würde auch sehr, sehr gut dazu passen, eben dass wir nochmal diese Position ausgestoppt kriegen, nochmal ein tieferes Tief kriegen mit einer vorhandenen Bullish-Divergence und dann doppelten Boden und dann eben diese Gegenbewegung. Weil wir ja eben gerade darüber gesprochen haben, okay, DXY könnte dann erst einmal so im Laufe der Woche etwas korrigieren. Verwundernswerterweise hatten wir auch diese Woche die News, die EZB hat die Zinsen erhöht wieder erwartet. Es war eigentlich davon angedacht, okay, Zinsen bleiben gleich, Zinsen wurden aber erhöht. Daraufhin hat der Euro komplett unter Druck geraten. Das könnte natürlich auch bei einer bearischen Rede vom Poll am Mittwoch dazu führen, dass die Märkte nochmal einen deutlichen Satz nach unten machen. Würde zu unserer Prognose mit einem DXY passen und damit auch eben diese Kontermöglichkeit dann hier eben beim Euro-US-Dollar zumindest mal auf die Marke von 1,07 Dollar. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen grob der Plan, deswegen die Loggen weiterhin offen und dann müssen wir die Situation sowieso neu beurteilen. Aber das wäre so das Ziel jetzt erstmal für die kommende Woche. Erster Step, die 1,07 Euro. Der zweite Step wäre dann schon ein bisschen überhastend, wenn die 1,07 Euro. Also das sind die zwei Level, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Ansonsten USD, JPY, auch mal ein ganz kurzer Blick drauf werfen. Hier hat sich auch wenig getan. Die Bearish Divergence weiterhin im Blick und ihr seht hier schon, auch hier die Position würde ich gerne noch einmal neu aufmachen. Das Problem ist, wir haben hier drüben noch so einen ganz, ganz großen Wig vom Donnerstag, 20. Oktober. Wir haben da letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Möglichkeit wäre, hier mit 3% reinzugehen. Ist sehr, sehr viel für einen Forex Trade, meiner Meinung nach. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall in die kleineren Timeframes. Da sehen wir auch, okay, die Bewegung wird auf jeden Fall schwächer. Wir könnten hier dann auch Richtung Montag, Dienstag auf jeden Fall so eine kleine Position eröffnen. Es war schon mal diese Woche eine Position offen, die habe ich nicht öffentlich gemacht. Aber Gap wurde dann gefüllt, deswegen Position jetzt wieder hier ausgestoppt. Erwarte aber, wie gesagt, noch mal am Montag noch mal einen stärkeren US-Dollar, um dann möglicherweise hier noch mal neue Bearish Divergence reinzukriegen. Also noch mal so ein minimal höheres Hoch, um dann erst einmal abzuverkaufen. Also auch hier nächste Woche Dollar, erst einmal Bearish für mich und dafür der Euro leicht stärker. Gehen wir rüber direkt zu den Stockmärkten und fangen an mit dem Dow Jones. Hier perfekt, also da haben wir, ich glaube, wann war es? Ich glaube, am Donnerstag, nee, war sogar Freitag im Video. Ich glaube, Freitag im Video haben wir darüber gesprochen. Dass wir hier oben massiven Widerstand reinkommen, hier an der Marke von 35.040 Punkten. Und im Endeffekt hat dieses Level komplett gezogen. Wir haben gestern einen massiven Abverkauf gesehen, der prozentual auch sehr, sehr, sehr interessant war. Wir schauen uns das Ganze mal an. In der Spitze ging es hier 1,3% nach unten. Wir haben auch perfektes Golden Pocket hier erst einmal erreicht. Ich bin hier aber noch nicht long. Ich warte jetzt erst einmal nochmal den Montag ab. Der nochmal nach diesem sehr, sehr schwachen Freitag und es sind ja auch ein Verfallstag war gestern auch noch. Was natürlich auch nochmal dazu geführt hat, dass die Märkte so unter Druck geraten sind. Wir haben hier noch einige Dochte, die es zu füllen gibt. Das heißt, hier unten die Marke von 34.535. Grob wäre für mich jetzt erst einmal der nächste Long End. Wie klar, es wäre unter dem Golden Pocket, aber ihr seht, wir haben hier einige Wicks, die hier noch drunter liegen. Auch volumentechnisch sehr, sehr interessant. Also für mich, Montag würde dazu führen, möglicherweise, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen, den Downtrend noch fortsetzen und dann möglicherweise eine Relief Rally erst einmal sehen. Also ich bin hier ganz stark nächste Woche erst einmal auf Erholung an den Märkten. Wenn vor allem dann die FED die Zinsen gleich lässt auf 5,5, also wie prognostiziert, könnte das hier für eine schöne Rally an den Stockmärkten führen. Short Position ist offen, das heißt, ich werde hier dann auf jeden Fall eine Hedge Position aufmachen, das heißt eine Long, um dann, sage ich mal, die Gegenposition hier mitzunehmen. Als Preisziele können wir uns auch mal ganz kurz festhalten, was hier möglich wäre. Gehen wir jetzt mal vom jetzigen Stand aus, wäre das erste Preisziel hier auf jeden Fall am Golden Pocket bei 34.890 Punkten. Sollte, wie gesagt, wir hier noch die Wicks holen, verschiebt sich das Ganze noch ein bisschen, dann wären wir hier bei 34.840 Punkten. Also hier bin ich jetzt erst einmal nächste Woche etwas optimistischer. Diese Woche war ich ja komplett bearish, das habe ich ja die ganze Woche dazu gesagt. Und nächste Woche wieder leicht bullischer. Gehen wir zum SPX, hier haben wir auch endlich unser Ziel erreicht. Wir haben ja letzte Woche immer wieder darüber gesprochen, ey, dieses kleine Gap, was wir hier noch hatten, diese Ineffizienz sollte noch gefüllt werden. Markt hat reagiert, Stop-Loss war hier drüber über den 4.517 Punkten, haben wir auch drüber gesprochen. Und der Markt hat auch hier komplett nach unten hin reagiert. Wir sind am 0.5er jetzt erstmal stehen geblieben, 1,44% ging es nach unten. Aber auch hier rechne ich sogar noch damit, dass wir möglicherweise am Montag, sollte sich dieser Verkaufsdruck noch ein bisschen fortsetzen, das Golden Pocket sehen. Das heißt, Entry bin ich momentan entweder hier am Liebäugeln, dass wir am Montag die Position entweder am 0.5er aufmachen oder erst am Golden Pocket. Stop-Loss technisch müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen beurteilen. Ihr seht, hier unten haben wir bei 0.786er, das wäre eigentlich so derzeit mein Lieblings-Stop-Loss, haben wir eine schöne Demandzone, die uns Liquidität geben würde. Wir haben ja noch eine Ineffizienz. Wir haben, wie gesagt, das Golden Pocket hier über uns. Also diese zwei Marken würde ich derzeit mal so ein bisschen im Blick behalten. Vielleicht machen wir auch zwei Entries. Das heißt, erste Entry 0.5er FIP-Level, zweite Entry dann am 0.6 5er FIP-Level mit zwei Long-Positionen, um die Position hier so langsam reinzubekommen, weil auch hier rechne ich dann erst einmal mit einer kleinen Erholung. Wir haben hier oben noch ein schönes Gap auf den 1-Stunden-Start bei 4.500 Punkten. Und wenn, wie gesagt, die Fett die Zinsen dann gleich lässt, könnte das dazu führen, dass wir dann hier erstmal so eine leichte Erholung reinbekommen. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Auch hier hat es, das müssen wir mal wegmachen, das war noch, glaube ich, vorletzter Woche. Machen wir das auch noch ganz kurz weg. Auch hier ging es deutlich nach unten. Wir haben das Gap perfekt hier oben gefüllt, kurz die Liquidität abgefischt und es ging sofort nach unten. Also auch hier hat der Short weiterhin gezogen. Prozentual gestern der Tag auf jeden Fall sehr, sehr gut. Knapp zwei Prozent ging es hier nach unten. Wir haben auch hier einerseits noch natürlich, das zeichne ich euch auch gerade mal ein, so eine kleine Ineffizienz in diesem Bereich, die noch gefüllt werden könnte. Also auch hier wäre das für Montag eigentlich so dieser perfekte Turnaround-Point, den wir uns nochmal angucken könnten. Dieser Bereich, das heißt Dow Jones, SPX und NDX haben beiden oder alle drei noch ein bisschen Abwärtspotenzial. Zumindest hier bis ungefähr 5070 Punkte, vielleicht auch nur bis 5086. Das wären auf jeden Fall so die Level, wo ich sagen würde, okay, da können wir einen Long wagen, um dann eben hier wieder zumindest versuchen, die Hochs hier nochmal etwas anzulaufen. Dass wir jetzt hier direkt runterlaufen in Richtung 14.600 Punkte, kann ich mir derzeit noch nicht vorstellen. Dafür war jetzt vor allem der Freitag sehr, sehr stark, der nach unten ging. Wenn der Montag jetzt auch nochmal ein bisschen Abverkaufssignale liefert, könnte das jetzt erstmal hier für eine leichte Erholung sorgen. Und dann, dass wir zumindest eben, wie gesagt, dieses Gap hier oben bei 15.467 Punkten erst einmal anlaufen. Ziehen wir uns doch das FIP dazu. Schauen wir auch gerade mal so, ob wir hier möglicherweise Überschneidungen haben. Da sehen wir auch, wenn ich es FIP richtig anlegen würde, dass das Golden Pocket auch direkt so am unteren Ende eben unserer Ineffizienz liegt. Also viel, viel Confluence in diesem Bereich. Wir haben viel, viel Golden Pockets. Wir haben es gerade beim Dow Jones gesehen, Golden Pocket, SPX Golden Pocket. Hat noch ein bisschen Abwärtspotenzial, aber der NDX ist auch erst beim 0,5er. SPX genauso beim 0,5er. Also wir sehen nächste Woche auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir hier eine ordentliche Trendwende sehen. Und damit kommen wir auch gleich zu den News, würde ich sagen, was so diese Woche ansteht. Und da steht, ja wie gesagt, alles im Schatten vom FED-Zinsentscheid, der am Mittwoch dann auf uns wartet um 20 Uhr. Prognose derzeit weiterhin 98% gehen davon aus, dass die Zinsen im Endeffekt so bleiben. Also ist zumindest eingepriesen. Bei der EZB war es auch eingepriesen und wir haben eine Erhöhung bekommen. Also mal so ein bisschen im Hinterkopf verhalten. Ich traue dieser ganzen Sache noch nicht so wirklich. Ansonsten gehen wir weiter mal zurück zum Montag. Keine News. Dienstag EZB, also das heißt im Euroraum stehen die VPI-Daten an. Auch hier nochmal vielleicht so einen kleinen Blick auch wegen dem Euro und sowas zu werfen. Sollten die sinken, könnte das den Euro wiederum ein bisschen stärken. Ansonsten Mittwoch, alles im Zeichen der FED. Wie angesprochen Donnerstag Erstanträge, Arbeitslosenhilfe. Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Ansonsten gar nichts im Blick. Und am Freitag auch nicht wirklich in News. Das heißt alles Dienstag, Vormittag, vielleicht für alle Euro-Interessierten oder DAX-Interessierten. Schauen wir uns das auch natürlich gleich nochmal an. Und ansonsten nur der Mittwoch. So und damit, weil ich es jetzt gerade angeteasert habe, gehen wir rüber auch zum DAX, der sich überhaupt nicht bewegt hat. Also wir sind hier weiterhin in dieser Seitwärtsphase. Ich bin hier weiterhin in keinem Trade. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir einfach noch diese Short-Position hier oben bei 16.200 Punkten antesten. Ansonsten tut sich hier einfach wenig. Es hat sich nichts an der Analyse geändert. Ich habe auch hier nicht geplant, irgendwelche weiteren Positionen zu eröffnen. Deswegen können wir uns den DAX im Endeffekt sparen. Dienstag, wie gesagt, sollten die Inflationsdaten niedriger sein, ist die Möglichkeit, dass wir uns auf jeden Fall hier oben nochmal in den Bereich des Golden Pockets festsetzen. Um dann weiterhin abzuverkaufen. Aber wie gesagt, das sehen wir dann alles momentan. DAX für mich absolut uninteressant. Gehen wir rüber, deswegen zu Gold. Hier hat sich ein bisschen mehr getan. Wer am, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Mittwoch waren wir, Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube Mittwoch waren wir im Livestream. Haben live die Position eröffnet. Sorry, ich habe da nicht noch geschafft, das Signal zu posten. Aber für alle, die in dem Livestream dabei waren, haben, glaube ich, relativ viele mitgenommen. Also, wir sind hier momentan Long Entry, 1905 US-Dollar. Ich habe einen Take Profit genommen. Den zweiten, der ist geplant hier oben eigentlich bei 1933. Also wir haben um drei Dollar hier erstmal die Position verpasst, den zweiten Take Profit. Das hat einfach diesen Aspekt, dass wir hier nochmal so ein starkes Konterlevel im Endeffekt hier oben drin haben. Das wäre dann, wie gesagt, der zweite Take Profit. Ansonsten sind wir jetzt auch erst einmal hier an den Hochs gescheitert. Das heißt, wir haben nur die Liquidität hier drüber abgegriffen. Kein Close da drüber bekommen. Das heißt, wir müssen hier weiterhin vorsichtig sein. Stop Loss ist auch Entry. Ansonsten sollten wir hier nochmal eine schwächere Woche sehen. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie wir dann hier unten reagieren bei 1911. Weil das war so das Level, wo wir sehr, sehr starke Schwierigkeiten hatten, hier drüber zu kommen. Dann kam dieser impulsive Move. Wir haben es drüber geschafft und der Impuls nach oben ist gekommen. Sollten wir jetzt nochmal ein paar Tage, wie gesagt, schwächer kriegen, wird es interessant zu sehen sein, wie wir unten eben bei den 1910, 1912 reagieren. Sollten wir hier Support reinkriegen, könnte das auf jeden Fall der Startschuss sein, dass wir zumindest mal hier oben oder Maximum erst einmal in Richtung 1950 US-Dollar steigen. Also auch hier die Long-Position bleibt weiter. Take Profit 1 genommen. Stop Loss Entry, weiterer Entry dann eventuell, dass wir sagen, okay, für alle, die jetzt noch nicht drin sind, 1912, 1910 für die kommende Woche. RSI natürlich auch deutlich überhitzt auf den 1-Stunden-Chart. Auf den 4-Stunden-Chart haben wir noch etwas Luft, könnte unser zweiter Take Profit noch erreicht werden. Ansonsten gehe ich dann hier auch erst einmal von einer leichten Korrektur aus. So, und dann gehen wir schon zum Schluss. Es geht um Bitcoin. Auch hier könnte ich mir immer noch extrem in den Arsch weisen. Ich weiß, viele von euch haben es, glaube ich, mitbekommen. Am Donnerstag war das Order auf 26,8 gesetzt. 1 Cent wurde diese Order einfach nicht abgeholt. Ich hätte kotzen können. Habe es dann erstmal boykottiert. Ich bin im Nachhinein dann noch hinterhergesprungen, weil es mir zu blöd war. Aber ja, auf jeden Fall, Bitcoin hat im Endeffekt unser Level, was wir jetzt seit 2-3 Wochen angesprochen haben, die 26,8 schön abgegriffen Liquidität. Ich weiß nicht, ob es einer von euch dann noch mitgenommen hat. Ich dann, wie gesagt, hier oben nicht. Ich bin dann tiefer nochmal hinterhergesprungen. Aber egal, auf jeden Fall. Die 26,8 wurden abgefischt. Momentan halten wir uns relativ gut. Hier sogar noch, ich hätte mit einem größeren Abverkauf gerechnet. Das Ziellevel bleibt für mich gleich. Also die 25,5,25,6 sind für mich einfach erst einmal so das Konterlevel, wo ich mir vorstellen kann, hier nochmal eine Longposition zu eröffnen. Ansonsten tut sich hier, wie gesagt, derzeit wenig. Nächster Step wäre dann hier ungefähr die 28,3. Sollten wir wirklich hier runtergehen, Liquidität abgreifen und den Longimpuls nach oben hin mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, tut sich wenig. Wir sind weiterhin in so einer größeren Seitwärtsphase ohne richtige Impulse. Wir haben eine enge Range. Und ja, die 25,5, 25,6, das ist das Longlevel für mich weiterhin, um die Position nach oben hin mitzunehmen. Und ja, ansonsten können wir das relativ kurz halten. Kommt sowieso jeden Tag ein Bitcoin-Update-Video. Morgen früh dann das nächste. Genießt jetzt erst einmal das Wochenende. Tut sich wenig am Wochenende, deswegen chillt ein bisschen, genießt die Sonne. Nächste Woche wird dann wieder ein bisschen interessant werden. Wie gesagt, Montag eher für Trades ungeeignet. Ab Dienstag dann hoffentlich, dass wir den Markt ein bisschen longen können. Gut, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal einfach nur kostenlos. Auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer wieder eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video kommt. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Bitcoin-Update-Video. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.